Moin Moin, ich stehe hier vor den Toren Husums im Hintergrund. Windkraftanlagen, der Wind weht und eins ist klar, die Wiege der Windindustrie und Windenergie ist an der Westküste Schleswig-Holsteins und deswegen ist es für uns als FDP auch logisch, dass die Leitmesse der Windindustrie in Husum stattfindet. Wir setzen uns für den Messestandort Husum ein. Wir wollen eine starke Husum mit Energy und wir sehen uns. Am 18. September geht's los, bis zum 22. September Husum mit Energy. Untertitelung des ZDF, 2020